Euerla, Tieser, Gegexer, Nesk, und zwar weiter mit mir über Call of Duty Advanced Warfare. In meinem heutigen Video geht es um Extraskelette und wir haben jetzt schon sehr viel über Extraskelette erfahren und so. Ja, aber heute geht es nicht wirklich um, was die Extraskelette so machen, sondern wie sie aussehen. Wir haben ja schon mal erfahren, dass wenn man ein Call of Duty Advanced Warfare vorbestellt, dass man dann ein goldenes Extraskelett als Vorbestellerbonus bekommt. Aber heute habe ich auch noch eine Information für euch und zwar stammt die von Michael Country. Der arbeitet ja auch bei Sedgehammer Games, kennt ihr mit Sicherheit mittlerweile alle. Und der hat gestern gepostet, gestern war ja Deutschland gegen USA und da hat er ein Extraskelette gepostet mit der USA-Flagge quasi. Also so ein USA-Extraskelett. Und ja, das ist quasi schon so ein kleiner Teaser, würde ich sagen, weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das auch wirklich in das Game reinkommt und nicht, dass sie das einfach so editiert hat. Und man kann wirklich, denke ich, sagen, dass es auch wirklich in Call of Duty Advanced Warfare reinkommt. Und ja, das zeigt auf jeden Fall, dass die Extraskelette wirklich sehr stark personalisierbar sind. Also dass es da wirklich sehr viele unterschiedliche Sachen gibt. Und ich bin nochmal gespannt, ob das jetzt wirklich von vielen Ländern ist, also ob es das auch von Deutschland gibt oder so, oder ob es das jetzt nur von USA gibt. Und dann habe ich mir auch noch überlegt, was auch wirklich eine ziemlich coole Sache wäre, fände ich, wenn man quasi die Extraskelette selber so ein bisschen verändern kann. Wie das zum Beispiel in Black Ops 2 mit den Emblems war, da konnte man ja eigene Emblems editieren. Und wenn es das dann für Extraskelette gäbe, das fände ich auf jeden Fall ziemlich cool. Also das wäre wirklich, das wäre richtig cool, finde ich. Dann würden zwar wahrscheinlich alle Leute sich Penisse und Brüste auf das Extraskelett drauf machen, aber man kann dann wirklich, finde ich, richtig coole Sachen designen und ist dann wirklich, dass man quasi wirklich seinen eigenen Soldaten erstellt hat, sein eigenes Extraskelett, weil man hat ja dann wirklich ein einzigartiges Emblem und so. Und das fände ich wirklich, wäre eine mega coole Sache. Und ja, damit ist es wiederum auch schon vorbei. Schaut mal bitte, was ihr davon haltet, von Länder, Extraskeletten und vielleicht sogar von Extraskeletten, die man selber editieren kann. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr bei einem Daumen nach oben freuen. Und das war's für heute. Haut rein, Leute!